Interessante Branchen, abwechslungsreich, Pionierarbeit, innovativ. Wir sind ein junges Team, das in der Stahlindustrie etwas bewegen möchte und gleichzeitig haben wir in der Firma einen Haufen langjährige Mitarbeiter, wo wir viel von ihren Erfahrungen profitieren können. Eine neue Mitarbeiter muss sicher mal ein riesiges Interesse haben, um etwas Neues zu erreichen, vorwärts zu machen, aus eigenen Initiativen, Sachen ausprobieren, testen und so dazu beitragen vom Erfolg des gesamten Teams. Ein neuer Mitarbeiter erwartet ein super Team, eine Branche, die im Umbruch ist und abwechslungsreiche Arbeit.